ja das sieht besser aus jetzt mit dem stamm definitiv okay noch ein jahr das ist auch die hier alle alles geschützt ja ach das holzfundament hier das ist hier nicht geschützt dass wir ganz am anfang das muss man irgendwie anders machen vielleicht na holzboden wäre ja auch nicht geschützt wenn dann müsste man hier so ein kleines dach machen oder man macht ja naja entweder ein vordach oder man macht das fundament weg und macht einfach nur eine treppe machen vordach das passt ja ich mache voller hier einfach oben drüber das eine reicht doch schon das reicht schon das reicht schon hier das heißt ja holzfundament steht jetzt ist jetzt geschützt das kleine dach ist in dem du mit dem bauhammer einfach auf gehst in dem dann im klammern nicht nicht geschützt steht hier guck wenn ich jetzt ein fondament guck mich ihr kreuz im fondament hier und jetzt gehen wir mit dem bauhammer auch in rot die materialien also können wir das fenster da eigentlich auch weg machen ist ja quatsch das da oben da hier nein das bleibt so macht sind nein das bleibt so sagt er ist ja egal von in siehst du es das muss man könnte das sagt eigentlich auch höher platz oder soja dann ist das nicht ganz so das ist ja naja oder man hätte wenn es das gekrümmte dachte einfach noch mal weiter bauen also dass das runde einfach fertig bauen dann noch so ein rundes stück das sieht doch besser aus und runde stück da einfach hin und dann ist das alles rund ja oder so ja das ist doch echt nice und scheiße geht man hielt einfach rein gut man sich das zeug was man braucht und dann geht man hier raus aber das ist aber ich werde ich oder das vor der menschen das muss auch noch geschützt werden oder nicht nein das ist ja alles wurde wo dann wo siehst du dann wo nicht geschützt steht da muss in klammern weißt du nicht mehr wie das aussieht oder was wir gucken okay wenn ich um den hammer in die hand und dann guck auf das ding und steht auf fett nicht geschützt da dieser scheiß gras über junge könnte den bitte weg schicken also ich bin lust schon wieder schocken zu werden von dem heißt direkt steht im dunkeln einer drehst du schon mal kommen wir sind reisen gegen gegen bertha alter das willst du das ist der schrecken der nacht der immer so eine facke direkt am eingang vielleicht wie meinst du hier hier im tor direkt das nicht so dass ja ja aber die gehen kaputt weil sie dann nicht geschützt sind die man wenn dann müssen wir das ja mit einem du kannst du ja das funktioniert hier aber nicht also du kannst das nur irgendwie hierhin bauen aber hier vorher kannst du halt nichts zu bauen das ist halt die scheiße ja wovon hier nach hier so ein boh oder so kann man dann zum beispiel eine fackel haben sie den harz überhaupt eine art und zeug ja jetzt keine zuordnung hat es ist so dumm dass man das nicht hier nicht brauchen können eigentlich das kann man hierhin bauen ja das geht wahrsager teich stimmt wo konnte man den bauern bei interaktiv ne doch noch aktiv und denke an der stellen was man diese artefacts aus der vergangenheit den können wir schon herstellen habt ihr jetzt schon alle naja können wir machen aber warum hat man jetzt hier nichts hingestellt also passen die jetzt alle hierhin also außer natürlich der ofen der ofen passt hier nicht hin ja alles jetzt nicht aber wir müssen zwei seiten feuer muss ja auch noch hin ich würde sagen einfach neben dem kessel oder feuer ja das normale feuer das lagerfeuer oder wollten die mitte ist näher zur wand mich oder geht das nicht dann macht das dann macht den apothekertisch weg die tränke sind übelst gut dieses gesundheitsaddiktion das wird übelst leicht hergestellt nektar blütenblatt und saatenöl übrigens das stelle ich mir jetzt auch gleich herr ich habe gar keine tränke mehr das wird jetzt glaube ich herbst oder das war an die stimmt nektar haben wir fast gar nicht mehr ne das brauchen wir auch wieder übrigens dass man da gebraucht saatenöl nektar zwei stück auch wenn ja ok ne nein ne 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 äh Junge, du hast den ganzen Honig abgebraucht, du Affe. Weil ich ihn gesammelt habe. Ja, und dann in die Mitte gepackt habe und dann genommen hast du ja. Hier Nektar, 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 Nektar. Ne, Quatsch, nicht Nektar, sondern wie heißt das? Arzt ist das genau, Nektar. So. Ich wusste was bei dir. Hä? Das meinte ich nicht. So, ich nehme mal 10 Stück. So. 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 So meinst du das? Ja. Okay. Ja. Aber wenn man halt eh schon hier die ganze Zeit ist. Ist doch egal. Kannst ja auch in die Mitte irgendwo packen. Ist doch noch übelst. Ist doch noch übelst viel Platz. Kannst doch neben den Kessel direkt hin packen oder nicht? Ja. Wird dir mal überlegen. so. 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 Du haste das obere Stück. Siehst du das? Jaa. Quasi. So ein Brückenkopf. Da ist die. Kannst mir einfach folgen. Jaa. Hätted ja vielleicht zuletzt auch geklappen. Jaa. Genau. hab sich auch geklappen. Nee. Du. Mir folgen. Ich dir zeige. Hä? Wo bist du hin? Boi Ding. du siehst ja eigentlich auch schon von hier aus dieser marsch der welt also nie die man zu ich dachte du meinst die andere da wieder hinten ja naja dann lass hin aber übrigens nimmt man kann einfach weiter gleiten auch wenn man keine ausdauer hat man wird dann irgendwann fallen aber das ist trotzdem immerhin besser als die ganze zeit zu fallen und halt auf ausdauer zu warten ja ich glaube ich sehe das schon noch direkt immer das ton oh nice hier ist auch honig auch perfekt hier das markiere ich mir auch gleich hier ton ja ja die man ist ihre ist übelst viel ich bin an der linken seite ja mach mal oh alter nice michi wir können häuser aus stein bauen steinboden steinfundament haben wir jetzt junge alter ist manchmal so hoch weißt du muss jetzt mal drauf gebogene stein waren das ist so kacke platzierten heilerde verband wir haben neuen verband und tonmörtel stellt man in der dings her also es ist zum herstellen bei der ding windmühle ich komme nicht dran das ist so kacke platziert ja ich glaube das ist auch eher dafür gedacht man halt schon die bügel hat also mit dem man ordentlich fliegen kann wenn du genau drauf stehst kannst du auch nicht abbauen er wird sich davon ausgedacht er total das ist auf der seite schon alles aufgebaut ein bisschen nicht alles ich sammle kappen honig ein aber das ist irgendwie nur an der außen seite einer in seite sehe ich hier nicht also bei mir ist die brücke ist hier kaputt wer boah alter bist du in dem wasser los 1000 drüber zu fliegen dann wirst du von adler angegriffen hast du echt hast du probiert ne habe ich ein video ist ja folge ich hätte versuchen mit seine biene drüber zu fliegen dann halt so er hat schon eine biene gehabt aber wenn ich das verstanden habe oder gesehen ist dass du mit der fliege nicht komplett fliegen kann sondern halt irgendwie so quasi so über den boden jetzt bitte flug weit werden aber keine ahnung gleich hat es so hatte ich mir das jetzt auch erst im ton sollte man sich ja auch markieren aber ich habe hier nicht mehr ich habe fast gar nichts gehabt hier nur an der seite wie ich habe ich jetzt das ein stück habe ich jetzt mehr nicht vielleicht weiter unten oder doch ist das da ich auch honig 8 und ton 13 ich habe prozent und wo ich habe mir ist noch ton aber du kommst einfach nicht dran immer sehen ja das ist das nach vorne irgendwie so ein gebäude aus das ist hier die bank da wo mich ja mal gestorben ist mit bei der biene das brauchen wir eigentlich auch das blütenblatt und so fasern kann ich mal wieder gebraucht hier nektar scheiße was habe ich jetzt gerade gebaut das brauchen wir unbedingt brauchen wir auch noch ja aber haben wir noch viele das ist nicht schlecht wenn man es haben aber wir haben eher nektar lassen wir zu deinen dingen ins gehen ich jetzt mit dem sport wenn wir machen hast du schon muss ich mir eine graswürfe leckerei machen zeig mal das links wo du mich an kannst und hier ist noch ganz viel honig ja dann ja hier ist echt ein arsch wie honig egal kein lust ist gegen die alle zu kämpfen dann lassen wir zum leber macht überhaupt sinn zum baum zu gehen ja geht ja geht ja nicht anders das ist zum baum kannst du hier kurz leckerli machen aber auch scheiße dass sie macht wird sie macht ich habe mich wo nicht jetzt kommen wir an alter mein gott ich habe ja ich habe keinen platz mehr mal so ein paar sachen ablegen ist ja auch nicht schlecht wespenkönigin kopf ok was auch immer wir das dann brauchen ja kronkorken wenn wir auch immer immer wieder brauchen kronkorken und schrauben brauchen wir jetzt nicht hier unter der bank ja zum baum wie gesagt So, mein Elemental ist auch langsam voll. Warte mal, kommen wir da überhaupt irgendwie rüber? Ah ja, da der Übergang. Ich weiß, wo der Übergang ist. Das ist dieser, den wir ganz, ganz am Anfang genommen haben. Genau, einfach hier geradeaus erstmal. Hier sind Grasso für Klisch. Ah, du hast ja keinen Lecker. Ne, wir müssen den aber trotzdem töten. Wegen diesen, ich weiß nicht, ob bei der Grasso für Leckerei, ob ich da alle Gegenstände habe. Haha, alle One-Shot, ey, ist das geil. Warte, wir müssen, ja genau, hier. Okay, wir können aber... Oh, scheiße, was? Den Dings mal. So. Ja, wir können ja eigentlich hier drüber fliegen, ne? Oh ja, ne? Ja. Weißt du noch, als wir hier gestruggelt haben, geht die hier am meisten. Herr Dima. Hm. Hast du eigentlich schon Glühwürmchen erledigt? Was meinst du? Für die Fackel? Äh, kaputt gemacht? Ja, ich habe noch ein Bier. Achso. Der Parts können wir auch mal wieder sammeln, oder? Hm, haben wir jetzt über 50 auf jeden Fall, aber ja, wäre nicht schlecht. Ich sammle ein paar. Da sind wir nicht da bei Dings, bei KDF, ja. Und? Sagt der was? Nö, also alles ist blau bei dem und blau ist ja, dass du das schon angesprochen hast. So, wollen wir? Jo. So, jetzt müssen wir weiter in den Norden, ne? Ja, also da hin. Hm, kommen wir hier irgendwie hoch? Weil da glaube ich nicht, ne? Ich glaube wir müssen hier so außen rumlaufen, Dima. Oder halt hier. Hier vielleicht hoch, wenn es geht. Ja. Welche Stufe bist du, Dima? Äh, 26. Nice. Diesen Baum wolltest du, ne? Hm? Wie, was machst du? Wolltest du nicht einen Baum? Nein, aber hey, wir müssen zu unserem Baum. Naja, weil da halt alles ist. Ich baue, ich muss zum Kessel, um die Gras, äh, Grasöferlecker, äh, Leckerli herzustellen. Wir müssen zu unserem Baum, Dima. Ich dachte, du wolltest hier einfach freischalten. Nee, na, jetzt macht mir keinen Sinn, wenn Michi da grad baut. Ja, dann. Ja, dann. Warte, ich bitte nicht. Einfach in den Norden hier. Aber nicht weit. Oh, Pizze. Ja, Pizze können wir gleich abbauen. Ah, Pizze stand. Hierp, hierp, hierp. Hierp. Okay, meine querer weit rühren langsam. Die Insektenstüge wegschmeißen. ich hoffe ihr habt die alte achse nicht weggeschmissen wieso wollen kannst du doch glaube ich nur ton abbauen oder also der stand kannst du nur tun oder nicht das dann die spitze ist geschliffen und ermöglicht das durchgraben von ton später das ist quatsch das war doch vorher auch immer so wie die spitzhacke die du halt immer hast die ist immer die beste 12 schwere schittigen was 12 schwere schittigen haben wir ja so gut ich weiß gar nicht wo ich das ja so ich habe den ofen das wollte ich hier bin ich mal nee wie sagt es wird jemand ist das würde keinen sinn machen das steht da steht ja auch immer da worte immer bei einer axt nicht bei einer axt immer wenn du einen neuen rohstoff hast den abbaus steht immer da die und die axt oder oder eine bessere das heißt zum beispiel eine feuerstein axt oder spitzhacke mit der kannst du alles andere plus feuerstein abbauen ohne der wird das können jetzt genauso sein ist das nervig in wien hund bei erdbeben bloß bei nicht erdbeben sondern durchzug ist das richtig und wegen der fahrstuhl ja ich sehe nichts naja ja j Bijge unten halte die Flasche jetzt alter gewinnen glück saquen mh ich hab noch was j er ich hab noch was ja ja j ich komm noch was nein ich hasse diesen baum ja dieser sprung ist übelst dumm muss ich sagen hier zu hoch die scheiße wo ist denn der fahrsch würde ich mal warum leuchtet da was so das ist auch der fahrschwellen kommst du ich bin schon wieder ich hasse diesen baum fick dich hart ins knie wieso macht man so ein scheiß ich hasse den entwickler dafür ich habe jetzt schon meinen freundchen geholt mal gucken ob ich mir boah ja nein ich war doch schon oben es geht ja darum zum fahrschuh zu kommen ich muss sagen das gebäude sieht jetzt echt cool aus mit den erweiterungen alter junge um um aus stein zu bauen zu müssen äh zu können müsst ihr holz stein und tonmörtel verwenden jung nie ich glaub ich werd mir nie ein haus aus stein machen ne ich werd nur das fundament oder so ein stein bauen hä für was denn was soll das anbringen einfach fürs aussehen meinst du irgendwas ja so ich bin da ach so ne nicht unbedingt also ne steintreppe da brauchst du nur stein und tonmörtel aber halt so ne äh ne steinwand brauchst du halt holz stein und tonmörtel boah ja vielleicht vielleicht wird sich ja später viel tonmörtel finden und stein ist ja eigentlich auch ein rohstoff der easy zu finden ist genau ich werd aber nicht mehr äh nicht mehr viel länger machen ich will noch mir in die pizze reinhauen und dann hingehen weil wie gesagt ich bin ja kein ich will nicht ich bin arschmüde wo ich viel gebrennt hab machst du denn Gras voll hier hoch holt ja wieso das hast du hier so ganz klein gemacht ja weil es nicht ging anders wie kannst du das nicht weiter hier ausbauen ja also nach oben halt aber hier ist ja quasi ne ja mach doch einfach ne mach doch hier so ne kleine stufe und dann hast du so zwei ebenen wir haben eh nix um dahin zu bauen was wir haben eh nix um was dahin zu bauen ach so wie das ist das einzige hier auf der seite oder was das ist ja alles anders steht auf der anderen seite ach so ja na dann passt doch ja ist okay ja wo also eigentlich hättest du hättest du hättest auch hier hin machen können wohin ne das ist kacke aus geht das scheiße aus ja ja weil der muss nicht weit weg von der wand sein und dann schittest du halb in der Mitte ach so das ging nicht genau was es wird wie viel braucht das denn was wie viel braucht das denn mhm Platz Platz genau passt das nicht hier wenn du den Kessel weg das ist ja kacke aus dann ist ja mega eng wenn du Kessel und das Feuer hier weg machst kannst du das nicht hin machen ne ja gut du hast hier auch hier und das sieht eigentlich ganz cool aus der Tisch hier ja hier werde ich mich immer hinsetzen und die werden Sachen für mich herstellen ne ne ansonsten passt es halt gut ja sieht gut aus hast du das gemacht siehst du musst einfach mich und die mal hören ja dann passt das ja ist echt nice ich muss nur dieses grüne hässliche Ding weg ja der hat ja schon damit angefangen ne das abzubauen ja äh wie nennt sich das nochmal hier äh nicht Hausausräumung sondern wie nennt sich das nochmal kennst du das Thema wenn jemand grad hier äh äh nicht Haus verkauft sondern keine Ahnung Hausauflösung genau Thema komm schnell ran Hausauflösung alle Gegenstände die mich saus sind die sind offen für alle ganze Versteigerung ne hab ich doch grad gesagt wie das heißt Auflösung Hausauflösung nennt sich das das sind einfach Sachen die dann zum Beispiel verkauft werden oder die man halt gratis haben kann nicht Versteigerung nein nicht Versteigerung Auflösung das heißt alles was in dem Haus ist was Ton äh hier Mühle und sowas hast du schon abgebaut wie ja ach so ja weil du dein Haus da haben wie machen wir das erweitern wir das hier noch ja wir machen und da wo michis Haus steht machen wir so ein ding links äh Steinofen und den ganzen anderen Scheiß äh Steinofen und den ganzen anderen Scheiß äh na ich will doch nicht die Scheiß Gegenstände haben wollt ja nur helfen damit es schneller geht ich baue das hier schon mit System ab ahja alter du scheiß Lüchster ja sehr gut mit System also das abgebaut sind und sind jetzt die Gegenstände auch nach unten geflogen ja das ging es halt nicht das war halt Opfer ich hoffe das geht jetzt nicht so schnell kaputt heute ich brauche noch eine Tour für Baumaterialien äh ich wollte mir eine Grazüge Ballack 3 herstellen wolltest du das? mhm wie mache ich denn Ton heute? na in der Mühle so der Windmühle ja super äh Saatenöl und Insektenei ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 hast du nicht mal aus fasern die man also ich habe was habe ich jetzt hier 200 300 was die 100 basern so ganz kurz erstmal nicht was war sagen was ist das platziert ich weiß nicht wir hatten gar nicht viel oder ach da unten nektar hast du nicht irgendwo platziert oder wir hatten ja glaube ich gar keins ane doch hier und bei zeug erst mal reparieren efer lymphe brauchen wir dafür aber haben wir auch haben wir viele hast du ton ich hab's mich gegeben wie schon gesagt ich hab das ton immer her mich ich mache ton mörtel ich habe wenn er lebt denn hier alter meine treppe das ist ein bisschen dumm gebaut aber egal wieso ja das sollte eigentlich so ein provisorisches ding sein sobald so solange ich weiß also solange ich nicht weiß wie ich mein haus bauen möchte quasi naja man macht das ja meine geschichte machte wenigstens eine treppe wenn die braun nicht man kann nicht einspringen das denken wir später weg wieso ist ja das ist ja nur da damit ich meine sachen schützen können die später wie meinst du das weil wegen stein oder was wie wegen stein im allgemeinen wenn ich wenn ich überlege wie mein haus aussehen soll ja dann dann kommt es quasi weg und ich baue mein haus ich wollte mein altes hat sich jetzt weg machen damit und hier brauche ich halt erst mal so ein ding wo ich meine sache platzieren kann mein bilder baust du das jetzt oder wie sieht das aus wenn ich das jetzt richtig verstanden habe können wir schweres schätin im ofen machen dann so ein weiß ich nicht aus der ofen hast du ihn auch kaputt gemacht er hat alles gut gemacht ja nein aus meinen ofen steinofen und dann und die schmiede also Untertitelung des ZDF, 2020 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 steinziegel meine ich wir haben auch zehn oder so ja ich brauche 10 20 30 30 steinziegel manchmal kannst du hier dieser scheiß ding ins die fackeln so geil an ein gebäude so anklatschen aber manchmal hängen die halt in der luft weil das so scheiße aus dann wir können jetzt erstellen nur brauchen wir das glaube ich nicht mehr aber ja ich kann keinen schönen herstellen hat doch gemeint irgendwo bei einer schmiede oder wohl jetzt und das herstellen beim ofen meinte rufen kann auch sein das wäre auch nur zum essen machen oder nicht jetzt kann ich auch schüttchen ofen jetzt können wir auch eisen tun herstellen das ist gehören langweil können eisner mal herstellen 39 bis 45 schaden also schwert 24 bis 30 eisenspitz ich verstehe halt nicht warum die gegenstände so teilweise so schlecht sind warum sollte ich mir ein eisenschwert machen obwohl es genau die gleiche blockkraft wie der hammer hat ein bisschen weniger verbrauch ist so sinnlos warum sollte man sich nicht den eisenhammer herstellen das macht keinen sinn was ist mit dem streit ja der streitkolben ist auch kacke der tölbel streitkolben 24 bis 33 ich würde sagen lieber aber erstmal die spitzhacke wir die beste spitzhacke haben und was haben wir hier noch das war's und dann den hammer was damit können wir dann bestimmt auch ton abbauen oder ja bestimmt so und wo ist der ofen links links so ihr habt und da reingebaut ja und wo ist die eisentruhe hier wartet hatte ich gebe euch da mal die das was du hergestellt was wohnmörtel hat jeder schon in der hand nähe nenne wie denn das mal was habe ich überhört tonmörtel müssen ja dann gib mal her hast du das nicht bau doch die sachen ab und sie war sie neu dann hast du die ich habe ihn nicht komplett verwendet den ofen auch nicht vergessen deinen ofen pizza was war das jetzt hier die spiele umstehte kollision da mach mal die machen wir die kleine treppe hier rechts weg ja ist doch egal dieses bleibt aber doch nicht das bleibt er doch nicht dass ich dann wieso ich bin das eigentlich ein schlechtes platz das was noch der ofen selbst rechts nee wo ist denn das der falsche seite wo ist eine steinung rechts achten hier der ist hier drinnen rechts hier jetzt können ah hier haben wir nektar gebraucht hier karamellisierter ameisen kopf nektar honigstück und ameisen kopf mega geiles essen ich werde siebzig leben her honigkekse auch siebzig hier das ist auch übelst easy reptilian roulade warte mal aber wo konnten wir wir haben äh wir hatten eine neue eine neue bandage ne hier oh alter die ist ja übelst easy herzustellen heilender verband ton und fasern das war's also ja das bringt 30 sekunden lang ne mhm 20 ja ja gut da hm weiß nicht ist ohne ich glaube ich einfacher heilpflaster naja jetzt zurzeit ja weil wir nicht viel ton bisher gefunden haben aber sonst ich denke mal später wird es easy ziemlich easy sein willst du mir mal die anderen brücken zeigen wo du das gefunden hast ja kann ich machen ja kann ich machen was bin wir dahin jetzt oder was ja richtig wo ist jetzt so mich hier hat den wandersen gebaut ja okay sie sind noch beschissene aus alter mich als draußen es ist damit er nicht kaputt geht ach so ja stimmt stimmt was die schmiede geht sonst auch kaputt ja ok krass naja dann keine ahnung lass da hin die mal ja jetzt kommt michi kommst du mit ja wir müssen zu Tuala äh mach mal jemand eisenspitze und dann können wir mal ausprobieren ob ihr mit der auch die gleichen Dinge machen könnt ja wieso denn nicht warte was wollt ihr denn bei Tuala haben wir ton immer noch so hat sich nicht gut kaputt ja was haben wir noch ein paar feiner das holz aber das doch dann dann lass wieder bei scully den baum holen oder nicht wenn wir machen ja oder brauchen wir noch irgendwas oben ne oder na zur zeit nicht ne die gegend ist eh viel zu stark für uns ja was hast du hier für ein hobbit ausgebaut michi egal hast du vorhin nicht zugehört nein das ist provisorisch niemand zu ja das ist provisorisch so lange mein wichtiges Haus noch nicht steht damit meine Sachen irgendwo sind ok kannst du auch bei mir wieder packen ja ne unter der unter der äh greppe so wie harry potter hm 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 holzkohle haben wir gar keine doch doch wo zeugs glaub ich zeugs ja info info hinten war das meine ich ah ja hier hat jemand Fasern im winter ne bei mir ja ja bei mir habe ich auch welches wenn ich das ding ja dann hole ich das einfach mal ja dann hole ich das einfach mal was ist das denn so rinde ganz viel rinde äh wie viele fünf stück glaub ich ne auf einer des holz so ich hab jetzt eine hergestellt wollt ihr jetzt auch eine oder nicht was denn ne eisenspitzhacke spitzhacke ja ja aber ich hab meine alten die andere ja noch gar nicht verwendet ist doch egal die verwendest oder nicht die wird eh besser sein garantiere ich ja ok dann kommen wir auf äh die 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 mit einer schmiede oder was im ofen im ofen im normalen ofen mhm ahja hier wie schweres chitin hohen mörtel alter ein schweres chitin braucht zehn normales ja ok alter dann killt man lieber Viecher ey also eisenbahn fünf stück das heißt ich brauch noch vier holzkohle war auch hier drin oder was im ofen ja was ist da wie viel noch eins eins so das haben wir äh verfeinertes holz sehen auf eisenhammer kann man eigentlich auch schon bauen der knallte ich richtig weg ok was meinst du der eisenhammer hühren mhm so mmhm mhm 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 so ab mhm mhm kämpft kämpft leg mal den ab Hä? was? ich hab doch grad auf den Boden gelegt zwei nein ich meint äh Eisen wie? Eisen ja ja hier viel Spass damit komm mal her Michi kleine Spitzzecke willst du die nicht haben? hm ich darf nicht jetzt die von aufholen ok hab ich meine Rinde geklaut oder was? prima hab ich meine Rinde geklaut oder was? ja ich hab dir nichts geklaut dann mehr ja hat jemand noch holzkohle? holzkohle? musst du herstellen so was willst du denn machen? das ist noch mal hm reisenhammer ja lass doch erstmal los scheiß drauf wir brauchen den erstmal nicht ich will jetzt mal kapierende ja ja ich weiß ja hier dich dich angesammelt ich weiß ja wo ich das jetzt mal gehe naja ne ich möchte denke ich mal naja immer will ich unbedingt einen Schwersthammer herstellen ja da kannst du jetzt für uns beide auch einen herstellen hab ich nicht gehört hab ich nicht gehört immer net ne ne ich benutze die Axt ne ich benutze die Axt ok wie sieht es aus gehen wir los? michi soll ich es noch 10 mal wiederholen? ah ne lass uns schlafen gehen ne ich hab dir nichts alles 2 2 2 ne 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 Ich find's geil wie dein Haus beleuchtet ist, das geht mal rein, das ist alles so schön hell, man. Folge, also nachts. So, Jungs, was machen wir jetzt hier? Also ich schlaufe gerade. Wenn ich dir kurz Sachen hab. Hm? Was machst du jetzt? Gibt mir 10 Sekunden, bin ich soweit. Was sind das denn, das sind mir vorher irgendwie nie aufgefallen, was sind das denn da für komische Lichter auf dem Baum? Ich glaub das ist ein Bug. Ja, das sieht irgendwie komisch aus, also ich find das sieht witzig aus, oder? Hm? Sind die Sterne? Die Sterne, hä? Ey, was für Lichter meinst du? Sterne, die teilweise die, naja, kommen wir zu mir. Müsst nur. Ich bin da hinter meinem Haus. Ah. Du meinst das im Himmel? Nein, ich rede nicht im Himmel, ich rede um den Baum, der teilweise beleuchtet ist, als ob da Lichter drauf sind. Hast du den Bauhammer in der Hand? Ach, deswegen ist das. Äh, aber was macht das denn für einen Sinn? Kannst du das? Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich weiß das, das hatte ich schon gesehen, ja. Ey, wer war's? Ich weiß nicht, was jemand... Nee, man muss mal was nicht holen. So schlafen legen, oder nicht? Äh? Ja. Also, was machen... Also, wir bauen jetzt gleich Ton ab. Ja, wir bauen jetzt Ton ab. Okay. Wie solltet ihr das vorher nicht gemacht? Oh mein Gott. Ui, da war's. Hey, hörst du überhaupt nicht? Hey, Michi, ganz ehrlich, fick dich an, wenn's Knie ist. Das ist... Ab dem Punkt, das reicht langsam. Wir haben da Ton abgebaut, da gab's aber nicht mehr. Ach so. Ja, da müsst ihr einen Ort suchen, wo es mehr gibt. Alter, ey, Junge, es ist... Nee, Mann. Geh in sein Zimmer, schlag ihn einfach. Schlag ihn einfach, Mann. Das ist... Ganz ehrlich. Wir schlag ihn einfach nicht. Wir wissen, wo es mehr gibt. Deswegen wollen wir auch da hin. Wie seid ihr vorher nicht hingegangen? Haha, ey. Das ist die Frage. Wo gibt's denn mehr? Bei, bei der alten da, oder nicht? Unten, immer noch. Ja. Bei Tuhala. Ja, da bin ich unterwegs dann. Übernehmen wir den Baum da unten? Also, welchen, welchen soll ich nehmen? Unseren ganz alten, oder? Der, der am nächsten sein ist. Na, welchen ist das denn? Ist auf der Halbinsel denn kein Baum? Ne, sieht nicht so aus. Wir haben keinen bisher entdeckt. Ja, dann würde ich einfach sagen, den neben der Spinne, oder nicht? Also, rechts neben der Spinne. Ganz genau. Oder? Ne, wie? Ne, den über der Spinne. Der über. Oder war der über der Spinne? Ja, das kann sein. Ja, dann nehm ich den. Ja, dann nehm ich den. Dann geh ich zur Spinne. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hmm. What do you say, Sir? Was macht ihr denn? Hm? Was macht ihr denn? Ich dachte, ihr kommt. Ich geh auf einen anderen Baum, damit ich dann weiterfliehen kann. Ach so. Ja, das kann man machen. Hm, hm, hm. Ich bin gleich bei dem Baum, plus ich sehe den Fahrstuhl irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Fahrstuhl ist. Ach, da ist er. Was? Der Fahrstuhl. Hast du ihn gefunden oder was? Ja. Wo bist du dann? Komplett woanders. Der ist am Boden. Das ist echt? Hm. Ich weiß. Naja, ich brauche eh nicht mehr lange, um hochzukommen. Ich glaube. Ich sehe schon, wie es da hoch geht. Mit der Eisenspitze geht es hin, denn zwei Schlägen kaputt. Fast an einem. Stimmt, warte mal, wie war das nochmal, wenn einer von uns den Fahrstuhl benutzt, dann werden wir beide teleportiert? Oder? Irgendwie sowas, ne? Wenn du den Baum im Besitz nimmst. Und ich habe ihn jetzt in Besitz genommen, damit ich hier den Fahrstuhl rufen kann. Ah, wenn du ihn in Besitz nimmst, so rum. Äh, die man, nimm mal Dings, äh, lehne mal ab, damit ich den in Besitz nehmen kann. Ja, ich komm so. Ja, ich komm so hoch. Das heißt, wenn einer von uns am Baum steht und der ist noch nicht in Besitz. Und wenn einer von denen in Besitz nimmt, werden alle, die in der Nähe vom Baum sind, hin teleportiert. Ich glaube, das haben wir ja mal mit dem Grabstein. Och, geht's wegen dem Sturm an, dass wir jetzt hier die Arschleckung gehen? Äh, na wo bist du denn, Michi? Bei der Alten schon. Ja, dann ist doch egal, dann geht doch da rein. Also ich bin mitten im Wald, also ich bin einfach noch zu Ende. Und... Ich weiß nicht, wo es dann geht. Hallo. Ja, kommen Sie, kommen Sie ja rein. Hallo. Ich bin jetzt Durack, oder? Ja, so ein Scheiß könnt ihr eigentlich auch mal einführen, irgendwelche Kartenspiele oder sowas. Also Ton gibt's auf jeden Fall hier. Dann gibt's hier Ton. Und sonst... Lass mal halt gucken. Joa. Anni, schlafen liegen können wir uns ja nicht, weil Michi nicht da ist, ne? Hm. Es ist ja auch gerade erst nachgeworhen, also können wir auch nicht schlafen. Ja, stimmt. Wie hat denn die Kack jetzt auf, Alter? Wie dauert das denn? Ja, wie auch. Ich glaube, ich gucke die Kack-Pro quoi. Dann geh ich mir kurz die Pizze in den Ofen hauen, bis gleich. Jo. Nicht gut. Das ist 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 gut. hier stunden ich möchte auch nicht und da das war ein weißer wichser ein gelber wichser ja und er ist weggelaufen so jetzt kommt michi ist nicht in der hilfe ich komme was ist denn da so jetzt einfach in den süden ja stein abbauen ist auch nicht schlecht und wir ja also nein kann ich jetzt mit drei und mit der link bei naja mit der neuen jahr mit eisen halte ich mal hoch erst mal ist ja schon mal bist du schon tun ja genau genau hier hier hatte ich mir das noch mal auf der anderen seite ist auch hier wo ich glaube ich meine da unten ist auch vor ja immerhin Oh, das ist schon riesig, gäbe ich es dann. Das mag er mich. und im norden am strand also da wo wir waren da ist auch ein bisschen tun das ding ist es ist teilweise alter da wo du halt eh nicht rankommst also solche solche flügel zu haben also ordentlich flügel mit den halt fliegen kannst das hat schon echt sinnvoller und wohn abzubauen echt an beschissenen stellen ich komme gar nicht mehr hoch oder was scheiße oh wenn man da dann ist auch oh sind Sie ernst? wenn ich hier komme hin hier ist dieser so ein schwarzer Käfer ich bin gerade am Abbau kannst du ihm nicht ausweichen? hier ist bestimmt viel Ton ich muss an ihm vorbei dann mach einen großen Bogen geht nicht doch ich würde gehen einfach zu dir ja mach doch manchmal ist das Ton auch so richtig im Mauerwerk drin das sehe ich dir da halt daran ist er dann halt dieses Abbausymbol halt man sieht es halt nicht habt ihr das auch schon gehabt oder? ne ich müsste mal gucken an der Mauer so frei rannt ja bis ich jetzt mit dem Scheißkäfer bist du vermutlich? Töte ihn doch Töte ihn doch einfach zusammen wo ist das Problem? ja wenn ich kann ich mir auch an die man ich hab ihn nicht leh hm oh ich hab eine Pflanze gefunden he 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 ja mein Rot bitten wir doch mal wir sind eigentlich hierher gekommen um aufzubauen hier mal ja das ist ein Schettin das ist ein Schettin aber ich läch mich doch an das ist ja weg der Käfer ja wer hat ihn denn angelockt? das ist ein Schettin aber das ist ein Schettin aber das ist ein Schettin aber jetzt eine statue und was wenn das irgendwie nicht das ist eine frau oder was oder sehe ich das falsch das ohne kopf anscheinend irgendwie da sitzt und an sich umspielt da nein nicht mich in einst du da oben ist irgendwas hier unten ist ein ganz viel aber ich weiß nicht ob man wieder hoch kommt ich bin außerhalb der karte hier in dem ganzen mauerwerk genau da wo die man jetzt ist müsste ja theoretisch auch da ist doch links aber kommst du nicht hoch ich weiß nicht hier rechts runter guck mal da das alles voll willst du da reinkommen holen da kommst du daran aber hoch wie kommst du wieder zurück das freue ich mich ja das ist eine gute frage bis jetzt trotzdem darunter ja ich ist egal werden wir dann finden lustig mal das darunter wenn wir nicht dann gehen wir gucken dass ein häuschen das ist ein häuschen anderen insel mit ihr dass du kannst auch einfach darauf springen ich hier genau da guckt mich auf der anderen insel gegenüber mal da unten da unten sieht er auch wie ein boot als brot als kleines häuschen ein boot oder obwohl es könnte auch weiter vom wasser das könnte auch sein ja genau so die man bei mich so wollen wir doch rüberfliegen jetzt kommt es ein boot ja das recht und hier ist ein mann namens händler abends händler er will mir eulen verkaufen hallo wer bist du bin fahrender händler ich fahre mit meinem ein boot über die weltmeere bauplan kann man bei ihm kaufen lanken metallteile ein klein vollgeprägten münster eulen köln nie spinn hinterlepp wir haben ein fetisch toll aber das heißt er bleibt hier nicht immer sondern der wird hier bleiben weil er meint dass er halt immer reist warte mal ist der wird auf der karte nicht aufgedeckt das heißt müssen wir müssen es dem markieren ok ja und jetzt können wir hier einfach denk ich mal hochlaufen ich sehe aber nicht ganz viel oh ist ja ui 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 komm mal zu mir alter ja ja ich sehs klar ja jetzt muss ich hier mal kurz 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 abklippeln da fragt mich die ist halt dann auf der karte halt ne die ganze ganze mauer alles voll mhm auf der karte ja ich finde ehrlich gesagt aber die müssten das hier so machen wie bei halt vielen mmos oder so das heißt wenn du irgendeinen rohstoff schon mal abgebaut hast dass er da einfach auf der karte markiert wird anstatt sich das immer selber zu ne boah hier alles voll boah alter junge junge einige scheiß du musst doch bloß irgendwie hochklettern ja wie gesagt so ton ist echt besser ja aber dann kannst ja jetzt das jetzt ist mehr als noch mehr als vertragen können boah mein gott wo bloß ich dann weil ja vergiss nicht stein noch abzubauen das ich könnte das auch beim springen machen übrigens scheiße runtergefallen nach ja wo seid ihr dann anderen seite oder was 50 54 54 noch da unten müssen ja hier ist da Aaaaaaah! Wollt er nicht hin. Es wird geil, wenn wir hier machen. Einen Baum finden würden. Nein, Och Gott, nicht ins Wasser, bitte. Kann man zähmen, ne? Mhm. Aber wir haben nicht viel Leckerli. Aber da stand auch Themen ohne Leckerei. Also irgendwie geht das anscheinend doch. Aber bloß gleich schwerer oder so. Ich höre mich, Jungs. Ja. 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 äh, Kepa hinter uns, Mischi? Ja. Willst du den Lockkinder damit? Ja, klar. Ey, ich muss ein Stück hier ausweichen, der macht einfach kaum nix. Der macht auch nix. Oh, nix macht der das. Also ich war grad da ganz oben, der ist auch noch ganz viel. Na, hier links, hier links, hier links, da, da. Nein. Wie man, du kannst übrigens deine Fackel ausmachen, ne? Ja, stimmt. Äh, ich bin glaub ich stuck. Jo. Kann, ich kann nichts machen. Okay, jetzt. Ist da ein Stepbrow gekommen? Hm. Genau das. Aber eigentlich sind wir ja ganz schön dumm, ne, Michi? Was Dings betrifft. Äh, Jungs, kliff mal bitte, Kepa hier. Wo seid ihr denn? Ich bin ja gar nicht da. Die machen wir ja. Was denn? Naja, wir können einfach, wenn wir irgendwo nicht hochkommen, wir können einfach ein Fundament bauen und eine Treppe und das war's. Naja, stimmt. Ja, hab ich anstrengend. Das war super schön. Ne, jetzt kann man ja halt wieder abbauen. Ja, muss ich ja wieder runter. Das ist kein Problem. Halt dich mal hoch, Tima. Nächste schon wieder. Okay, das geht nicht. Nein. Hier rechts auch noch. So, Jungs, reicht das mal, würde ich sagen. Wollt ihr noch zum Baum zurück oder speichern wir einfach ab? Wir abspeichern zwar sowieso beim Baum. Hm? Naja, dann lohnt es sich auch nicht zurück zu laufen. Einfach abspeichern oder was? Erstmal Charakterspeicher nicht vergessen. Ja. Erstmal jemand. Ja. Ein bisschen gelb, speichern und dann passt das. Gut. Reicht für heute, ne? Ja. Ja, also nice. Ja. Ja. Ja.